Aaaaaaah! Hey! Der Herr Caron, jetzt oben! Das vermag Ihnen zum Wiederaufbau seines Heimatdorfes Dollar 100.000! Ja, was warten wir denn noch? An die Arbeit! Ich behaupte, dass ihr mir eine Erbschaft unterschlagen habt. Ja, das macht er immer so, wenn man mein Geld ausgabt. In Ruf mögt's Glückes Lader bringen, Herzen singen und als Opa wird Kleiner Mensch glaubt und guckt uns im Ruf Machen! Machen!